Hey Leute, in diesem Video zeige ich euch die besten elektrischen Akku-Heckenscheren, welche es aktuell zu kaufen gibt. Also bleibt dran! Buchsbaum, Kirschlorbeer, Liguster oder Thuja. Viele Gartenbesitzer grenzen ihr Grundstück mit einer Hecke ab. Das schützt vor neugierigen Blicken und hält Wind und Lärm ab. Vor allem Naturfreunde setzen auf Hecken statt Zäune, da Hecken heimischen Vögeln, Kleintieren und Insekten Nahrung und einen Lebensraum bieten. Die oft sehr schnell wachsenden Büsche und Sträucher benötigen regelmäßige Pflege und müssen mindestens einmal jährlich geschnitten werden. Um die wilden Gewächse im Zaum und in Form zu halten, gehört eine gute elektrische Akku-Heckenschere zur Grundausrüstung eines jeden Hobbygärtners. Insgesamt habe ich vier elektrische Akku-Heckenscheren hier miteinander im direkten Vergleich. Welche am besten zu dir passt, erfährst du jetzt. Achtung Rabattcode! Für viele unserer empfohlenen Produkte gibt es versteckte Rabatte. Ruft euren Rabattcode ganz einfach über unseren Produktlink auf. Dieser ist dann automatisch hinterlegt. Der Rabattgutschein wird euch, sofern noch verfügbar, direkt unter dem Preis angezeigt. In diesem Beispiel wurden über 60 Euro zusätzlich gespart. Alles, was man tun muss, ist durch einen einfachen Klick im Optionsfeld den Rabattgutschein zu aktivieren. Der Rabatt wird dann letztlich an der Kasse beim Bezahlen abgezogen. Über 64% unserer Produktlinks haben diese Rabattgutscheine hinterlegt. So lässt sich ordentlich Geld sparen. Fangen wir an mit der Heckenschere von Einhell. Die Einhell GE CH 1846 LI Akku-Heckenschere hat eine Schnittlänge von 46 cm. Das Schwert eine Gesamtlänge von 52 cm. Die Messer bestehen aus lasergeschnittenem und diamantengeschliffenem Stahl und haben einen Abstand von 15 mm. Die Akku-Heckenschere ist klein und handlich. Das Gewicht von 2,3 kg ermöglicht ein komfortables Arbeiten. Ein Metallgetriebe sorgt für eine lange Lebensdauer. Zudem erhalten Käufer mit der Lieferung einen Akku und ein Ladegerät. Der Akku ist ein Systemakku aus Einhells Power X Change Serie, der mit zahlreichen Gartengeräten und Elektrogeräten des Herstellers kompatibel ist. Der Lithium-Ionen-Akku hat eine Spannung von 18 Volt und eine Kapazität von 2 Amperestunden. Für die Sicherheit der Einhell Heckenschere sollen ein Zwei-Handsicherheitsschalter und ein Messerstopp sorgen. Der Messerstopp soll die Messer in weniger als einer Sekunde anhalten. Mein Fazit? Dieses Gerät funktioniert wirklich super. Mit der Heckenschere lassen sich perfekte Ergebnisse ohne viel Mühe zaubern. Mit dem überzeugenden 4,7 von 5 Sternen ist es kein Wunder, dass diese elektrische Akku-Heckenschere von Einhell ein absoluter Bestseller ist. Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Angebotspreis findest du natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Als nächstes möchte ich euch die elektrische Akku-Heckenschere von Bosch vorstellen. Mit der neuen Version der Universal Hedge Card von Bosch erhältst du eine besonders verschleißarme Heckenschere, denn sie ist innovativ mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet. Das führt außerdem zu einer relativ geringen Geräuschentwicklung. Deine Nachbarn werden sich freuen. Mit einer Schwertlänge von 50 cm und einem Zahnabstand von 20 mm kürzt man zügig Liguster- und Thujenhecken oder trimmt den Buchsbaumbusch. Sollten dickere Zweige dazwischen kommen, werden teilweise sogar diese dank des integrierten Antiblockiersystems geschnitten. Der Rundum-Zusatzhandgriff ermöglicht verschiedene Griffpositionen, sodass man an der Hecke flexibel ansetzen kann und bequem vertikal oder schräg schneiden kann. Der System-Akku läuft vollgeladen laut Hersteller bis zu 55 Minuten, was für mittlere Hecken ausreichen sollte. Fazit Dieses Gerät hat mich absolut überzeugt. Es ist sehr einfach damit zu arbeiten und man kriegt wirklich jede Art von Hecke damit bearbeitet. Super Produkt! Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Angebotspreis findest du natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Als dritte und nächste Empfehlung dieser Reihe von elektrischen Akku-Heckenscheren möchte ich euch wärmstens die Heckenschere von WORX ans Herz legen. Die WORX Garten Heckenschere mit Akkubetrieb ist der perfekte Helfer für die effektive und leichte Gartenarbeit. Es ermöglicht präzise Schneiden mithilfe des 61 cm langen, lasergeschnittenen Diamantmessers. Die WORX Heckenschere überzeugt mit starker Schneidekraft. Dual-Schnittklingen sorgen für gleichmäßige Schnitte. Durch reduzierte Vibrationen wird exaktes Arbeiten und ein tolles Schnittergebnis gewährleistet. Diese Gartenschere ist eine super sichere und bedienerfreundliche Akkugartenschere, denn es besitzt einen Zweihandsicherheitsschalter gegen unabsichtliche Starten, einen verstellbaren Softgriff und einen Zusatzhandgriff für ermüdungsfreies Arbeiten. Besonders praktisch, die Akku-Heckenschere ist mit allen WORX 20V-Akkus kompatibel, ideal bei schon vorhandenen Akkus. Mit starken 4,7 von 5 Sternen sind sich alle Kunden und Bewertungsportale einig. Bei dieser Heckenschere kann man absolut nichts falsch machen. Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Angebotspreis findest du natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Zu guter Letzt möchte ich euch noch die elektrische Akku-Heckenschere von Makita vorstellen. Der Hersteller bezeichnet die Makita DUH 523Z Akku-Heckenschere als eine leichte und handliche Akku-Heckenschere. Sie ist mit einem beidseitig geschliffenen Messer ausgestattet und hat ein rostfreies Scherblatt. Das Messer soll sich einfach auswechseln lassen. Es hat eine Länge von 52 Zentimetern. Der Messerabstand liegt bei 26 Millimetern. Die Heckenschere schneidet geäst mit einer Aststärke von bis zu 15 Millimetern. Die Makita Akku-Heckenschere hat je nach Ausstattungsvariante ein Gewicht von 3 bis 3,4 Kilogramm. Sie ist kompatibel mit Makita Akkus mit einer Akkuspannung von 18 Volt und einer Kapazität von 1,5 bis 4,0 Amperestunden. Akkus und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten. Wer bereits passende Makita Systemakkus besitzt, kann sie mit der Heckenschere nutzen. Andernfalls können Akku und Ladegerät separat zugekauft werden. Mein Fazit? Auch bei dieser Heckenschere habe ich keine Mängel erkennen können. Sie arbeitet sehr gut und der Akku hält auch lange genug, um seine ganze Gartenarbeit zu erledigen. Ich bin überzeugt. Mit überzeugenden 4,8 von 5 Sternen ist es kein Wunder, dass diese elektrische Akku-Heckenschere von Einhell ein absoluter Bestseller ist. Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Angebotspreis findest du natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt uns dies mit einem Daumen nach oben mit. Abonniert uns, damit ihr auch weitere Videos von uns erhaltet und aktiviert die Glocke, um kein einziges Video mehr zu verpassen.